Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Life is Strange und wir sind in dieser sogenannten Galerie angekommen. So, hier liegt echt eine Menge Stuff rum. Die Frage ist, soll ich mir das wirklich... Oh mein Gott. Nicht schlecht. Oh ja, das bist du nach allem was gelaufen ist. Duidenfest, okay. Ja, was steht denn schönes in der Zeitung? Stimmt der? Herr, ein Danny Lee Artikel. Jetzt muss ich nur noch wissen, wer Danny Lee ist. Vielleicht irgendjemand berühmtes, ich kenne ihn nicht. Wenn wer weiß, wer das ist, einfach mal in die Kommentare posten. Hey, man kann spenden. Ich brauche etwas sehres Geld in der Zeitung. Okay. Ja, finde ich noch ein, zwei Geheimnisse, wenn ich hier irgendwo rumrenne. Irgendwas, was man fotografieren kann. Eventuell ins Bad kann ich nicht, aber ich kann mit der guten Frau hier reden. Ich habe nie gedacht, dass ich mit einem Galerie Rezeptionist über... Guten Morgen. Du musst Max Caulfield sein. Ja, wir sind Max Caulfield. Die Exhibition ist ziemlich beeindruckend. Besonders mit deinem Entwurf. Das sind doch mal aufbauende Worte. Was ist das jetzt hier? Auf der Everyday Heroes Contest. Und das eventuell... Na, wo sind wir denn? Da bin ich. Along mit all den anderen Gewinnern. Max Caulfield. Ich würde eher Artikeln sein. Ja, Max, du hast es geschafft. Du bist ein Künstler. Was ist das hier? Everyday Heroes Contest. Ah. Von 2013. Nicht schlecht. Ich frage mich, ob das jetzt so lange... Ich habe gehört, dass Marc Jefferson hier heute Abend sein sollte. Nicht mehr. Das war so schockierend. Ich habe auch eine von seinen Monographen. Halt auf das. Seine Arbeit ist mit einem seriösen Cash. Bravo an eurem Entwurf. Ich bin der Kunstkritiker für Iris N Magazine. Und wir würden lieben, euch in ein Stück über future Trendsetters in der Fotografie. Ich zeige euch die Details diese Woche, wenn das okay ist. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass ich es nicht so gut bin. Ich weiß, dass es einfach so leicht ist. Aber ich finde es schrecklich. Aber ich finde es schrecklich. Aber ich finde es schrecklich. Ich finde es schrecklich. Wer ist der Kunstkritiker? Wer ist der Kunstkritiker? Wer ist der Kunstkritiker? Das ist unglaublich, was die Leute sich da an... Ja, wie sagt man... Jeder hält sich dort für den einzigen und besten Kritiker, ehrlich gesagt. Das macht mich so schrecklich, dass Chloe mit diesem Wein zerbrochen wird. Ich glaube, ich wäre da. Ich würde den ganzen ausdrinken. Jedes einzelne Glas. Oh, lecker. Also, wie verhältst du deine neue Fahne als Fotografie? Ich fühle mich noch nicht wie ein bemerkter Fotografier. Jeder Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Ich bin nur ein Blackwell-Bürokrat, nicht ein Artist. Aber du hast uns stolz gemacht mit der großen Antwort zu deinem Werk so weit. Hättest du, Mann! Hättest du! Sie ist stark, aber ich bin glücklich, dass sie es aus der Höhe gemacht hat. Du hast an allen Längen und Enden versagt, mein Freund. Oder ich ziehe meinen Fuß in seinen Arsch. Mark Jefferson war gut, um seinen Tränen zu schlafen. Wir waren alle von ihm gefühlt. Zweitens bin ich. Wie du vielleicht wissen möchtest, habe ich eine Schwierigkeit für Prestige. Und Jefferson hatte so eine große Reputation. Nobody expected him to be so...disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his darkroom. Ah, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Hmm... I'd like to think there's some karma involved. The Prescott's have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before. You're an adult now, Max. You can call me Ray. Out. At least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. I don't understand art. I think there's no way to eat it. I think there's no way to eat it. I think there's no way to eat it. There's no way to eat it. Aha. Aha. Ich glaube, da spricht der Alkohol aus dir, mein Freund. How much would you pay for that? Gar nichts. Das ist ein Bild. Ein Euro? Ich bin da ehrlich nicht ganz so, ähm, was Kunst angeht. Das einzige, wo ich Geld vorausgeben würde, wären Comics. Die erzählen mir jetzt Geschichten. Das ist cool. Und das hier. Bilder. Yay! Das ist unser Bild. Geh mal weg. Ich muss gucken, ey. Hi. Und da ist sie, um den Tag zu retten. Hi. Du hast es gemacht, Max. Du bist ein realer Artist. At least für heute. Wo? Max! Chloe! Hey. Are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Okay. Oh, you left the wringer off, idiot. Oh, shit. Oh, come on. Oh, come on. Please answer. Max! Holy shit, man! Your vision! It's, it's true! You saw the tornado, it's coming! What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm, I'm by the beach. Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Oh shit. Jetzt stirbt die dich schon wieder. Kann nicht wahr sein. Oh, shit. Kann nicht wahr sein. Der Tornado war real. Oh, ich habe keine Scheiße. Chloe wird nicht sterben. Arcadia Bay wird verletzt. Es muss ein Weg sein, um das zu stoppen. Zum Glück. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen in unser eigenes Bild zurückspringen. Habe ich mir gedacht. Die Idee ist so geil mit dem Zeitreisen. Entschuldigung, ich würde dir ein paar Fragen über deinem Arbeit fragen. Entschuldigung, aber... Oh, Jormax Caulfield, oder? Sag mir, was für eine Instinkt-Kamera du hast? Können wir später sprechen? Danke. Ich habe wirklich nicht Zeit, um mit allen zu sprechen. Oh, Jormax Caulfield. Oh, mein Herz. Oh, mein Herz! Oh, mein Herz! Oh, mein Herz! Oh, mein Herz! Oh Gott, was jetzt? Zerreißen. Darf sie ihren Traum zerstören? Ja, für Chloe werden wir das tun. Einzig richtige Entscheidung. Jetzt will ich uns Jefferson im Knast. Jefferson. Jefferson. No, sind wir wieder da? Oh mein Gott. Wir sind wieder zurück in dem... bei dem... Oh, fuck. Gott, no. Ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verabschiedet. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte in der Klinik sein, nicht hier. Jesus. Es ist wie, dass du wieder in meine Klinik in der 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 Klinik. Max. Anyway. Antwort. My question, please. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey. Your nose is bleeding. Probably gave you too big a nose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Man, wir hatten den fucker doch erledigt. I had to let Victoria Chase go. You let her... Don't be stupid. Okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh. As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad, you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. No. You burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something... weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said... Something weird. There's that fear. Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope, these images will be appreciated for what they truly capture. It's not true. The loss of youth. At least... That's the last lecture, you'll ever have to hear from me. And I promise you... No more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. You don't know what's happening. Shh. Shh, shh, shh. Quiet, Max. Please. Don't do this. Fuck. Ah, I thought that the fucker gets his right punishment, and then something like that. Man. Muss doch jemanden geben, der uns jetzt rettet, oder? Ich kann nichts machen. Du kannst mich mal. Ich kann nichts machen. Es gibt nichts, was ich... Ich versuche, diese finalen Dose wird nicht wehren. Moment. Ähm, ähm, ähm. Ich kann... Nooo. Hab ich so ein schlechtes Ende gewählt, oder was? No, das wird nicht wehren. Was? Oh, yes, 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 yes. Oh, shit. Oh, no, David. No. Oh, Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Let's try this one last time. Wahrscheinlich muss ich den warnen, oder so? Ich versuche dir, niemand weiß, bitte. Warte, warte. Kann ich... Kann ich bitte, für eine letzte... Request? Oh. Du hast mich getroffen, Max. Wie kann ich diese Gesichter nicht verhindern? Was willst du... Uh... Geh... ...eine letzte Bilder von mir? Ich... Ich will, dass du dein bester Subjekt sein soll. Ich glaube nicht, dass ich das nicht glaube, aber... Ich glaube, dass du es endlich gelernt hast, von mir. Nicht damit. Okay, da ist die Kamera. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Ich will eigentlich das Stativ weghaben, auf der rechten Seite. Ich versuche dir, dass diese letzte Dose nicht verletzt werden. Was? 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 David, fass dich! Wie? Wie hast du das? Geh die Kamera neben dir! Ja, gib dem Pisser! Jefferson, es ist vorbei! Du wirst mich nicht stoppen! Fuck, der war für da! David Mattson! Natürlich. Natürlich. Das ist das, was du bekommst. Einen echten Kuss. Jefferson, es ist vorbei! Du wirst mich nicht stoppen! Jefferson, es ist vorbei! Oh Gott, Max. Du bist okay? Du bist okay? Du kannst du gehen? Ja. Danke, David. Danke. Danke. Nein, danke mir. Du hast mich hier gebracht. Lass uns diese Scheiße erst mal auf. Jawohl, noch einen! Oh ja. Shit. Ja. Ich kann das Bild von uns benutzen. Shit! Kein Signal! Danke, Herr Jefferson. Aber du brauchst das noch nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, ich würde mich so krank. Jefferson sieht jetzt so... ...pathetisch. David? David? ... bist du okay? Schau mal auf das Ort. Es fühlt sich als Hölle. Jefferson... ... würde mich... ... töten. ... wie er zu Victoria Chase hat. Oh nein! Ich weiß nicht. Ich habe immer so krank. Ich habe immer so krank. Ich habe immer so krank. ... ... mit Nathan, ... mit Nathan drogen Kate Marsh. Ich habe immer so krank. ... Ich habe immer so krank. Ich habe immer so krank. ... ... mit dem zuerst aus. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich war so impressed by you. And Chloe. And your investigation. Ich hatte all the high-tech toys. Du hast uns auch. Wir... Wir sind ein gutes Team. Das ist ein meiner Probleme. Ich bin nicht gut bei Teamwork. Ich war niemals. Auch bei der Service. Ich kann gar nicht vorstellen, was du durchgingst. Ich werde keine Begriffe machen. Ich versuchte, ein guter Soldat. Aber ich war nicht so großartig. Ich versuchte, ein guter Vater, auch. Aber... Als Joyce mich rauskiss hat... Ich hatte nichts. Ich bin so sorry über das. Ich wollte das nicht passieren. Ich würde niemals auf die Begriffe haben. Ich habe keine Begriffe gemacht. Ich habe keine Begriffe gemacht. Ich werde dir sagen, Joyce, ich bin falsch über dich. Sie lief dich. Es ist ziemlich klar. Ich versuchte, nicht zu benutzen. Aber... Es ist schwer nach Hause nach der Kriege. Die meisten Leute wissen nicht oder interessieren. Es ist egal. Es ist egal. Sie hat mir Hoffnung. Eine neue Leben. Und du hast mir geholfen. Chloe... Sie... Sie wird stolz von dir. Ich wollte nur sehen, dass sie sicher mit ihrer Mutter ist. Ich versuchte Joyce, dass ich mich zu sehen. Sie ist eine Familie. Und ich werde mich zu schuldigen. Ich werde mich zu schuldigen. Ich will nicht sie mich zu sagen. Aber... vielleicht wird sie mich zu sagen. Sie wird mich zu schuldigen. Hörst du nicht. David... Chloe ist... ... ... ... Das ist nicht passiert. Es kann... Nein, Gott. Nicht Chloe. Max, bist du sicher? Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe einen Jefferson-Killer in der Junkyard gesehen. Lass Nacht. Lass Nacht? Als ich mich selbst fühlte, dass ich mich in meinem Hotelzimmer fühlte? Ich versuchte, Joyce, dass ich sie und sie schützen würde, Chloe. Wie kann ich sie mit ihr und erzählen das? Ich habe noch nie gesagt, Chloe, dass ich... Gott, verdammt! Du hast meine Frau, ihr Kind, du sicker Mann! Du hast meine Frau, meine Frau! David, warte! Max, I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you. For saving me. Fuck. Rechte Strafe, Arschler. Auge um Auge, Mann. Für dich gibt's keinen Prozess. Das war's. Ich will das auch so stehen lassen. Ne. Ich will Jefferson tot sehen. Obwohl er wahrscheinlich eh gehängt worden. Ich will das so haben, dass Jefferson nicht mehr lebt. Frieden. Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce, thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max. Stay wherever you are. I think the storm is getting smaller. I'm kind of scared. It's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Sorry, Mr. Jefferson. Das ist jetzt mein Auto. Haben wir überhaupt schon einen Führerschein? Naja, selbst wenn das Auto kaputt geht, ist es ja nicht unsers. Oh mein Gott. Ich habe dir gesagt, ich, Trust Limbo, habe ich dir vor Jahren warnen, dass unsere Kultur von Sinnen und Entdeckung würde Gott uns aufreißen. Und ich bin derjenige in dieser fucking Radio Station. Somebody get me the hell out of here jetzt! Jetzt, Gott, ich will all diese Taxi Spanien! You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody use me! Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Sorry. Ha, da war er doch nicht wohl. Ja, wegen seiner Geisteskrankheit wahrscheinlich. Höchstens zu dem geworden. Und durch Manipulation. Egal, Mr. Jefferson ist tot. Verdiente Strafe. Man mag denken nur über, was man möchte. Aber sorry. Nee. Bösewicht. Außerdem denke ich mir, wenn wir das Bild haben, rewinden wir sowieso. Damit wir Chloe retten können. Denn sie lebt ja nicht mehr. Zumindest hoffe ich, dass wir das tun. Wenn nicht, hat Jefferson seine gerechte Strafe gekriegt. Ansonsten wird er wahrscheinlich sowieso ins Gefängnis wandern. Also jetzt nicht so, dass ich herzlos bin oder so. Und ich werde. Komm. Steig aus. Ich will laufen können oder sonst irgendwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und an dieser Stelle mache ich einen Cut, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten. Malen ice realized. Bis zum nächsten Mal. Es will sein. Ciao. Tschüss. Tschüss.